Wenn wir einen Stoff in einem Lösemittel auflösen, ändern sich dessen Eigenschaften. Wir werden heute wichtige Eigenschaften von Lösungen quantitativ diskutieren. Hallo und willkommen zu Basiswissen Physikalische Chemie. Unser Thema heute, klassische Lösungen. Worin unterscheiden sich Lösemittel und Lösungen? Bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, noch eine Anmerkung zur Konzentrationsangabe von Lösungen. Wenn wir zum Beispiel ein Mol Zucker in einem Kilogramm Wasser lösen, haben wir eine einmolale Lösung. In einem Kilogramm Wasser befinden sich ein Mol gelöste Teilchen. Auf diese Anzahl der gelösten Teilchen kommt es bei den kollikativen Eigenschaften an. Wenn wir eine Salzlösung herstellen, müssen wir deshalb berücksichtigen, wie das Salz dissoziiert. Ein halbes Mol Kochsalz erzeugt zum Beispiel in Lösung ein Mol Teilchen. Die Anzahl der Teilchen ist doppelt so hoch, wie die eingesetzte Stoffmengen an Salz. Wir sprechen hier vom Pfandhoff-Faktor, der hier i gleich 2 ist. Um die Anzahl der Teilchen auch in der Konzentrationsangabe zu quantifizieren, wurde die Osmolarität und Osmolarität eingeführt. Unsere Lösung hat eine Molalität von 0,5, aber eine Osmolarität von 1. Die Lösung enthält also genauso viele gelöste Teilchen, wie die zuvor diskutierte Zuckerlösung. Die beiden Lösungen haben gleiche Osmolarität, die beiden Lösungen sind isotonisch. Analog erhalten wir aus der Molarität, durch Multiplikation mit dem Pfandhoff-Faktor, die Osmolarität. Eine einfache Lösung besteht aus zwei Komponenten, dem Lösemittel A und dem gelösten Stoff B. Je nachdem, wie die Wechselwirkungen zwischen diesen Komponenten sind, unterscheidet man ideale und reale Lösungen. Wenn wir zwei chemisch sehr ähnliche Stoffe mischen, ist die Enthalpie der Mischung genauso groß wie die Enthalpie der Ausgangsstoffe. Wir haben keine Mischungsenthalpie, keine Mischungswärme. Wir sprechen hier von idealen Lösungen. Der sogenannte Flurry-Huggins-Koeffizient ist 0. Sind sich die beiden Komponenten jedoch energetisch sympathisch oder unsympathisch, wird bei den Mischen Wärme frei oder Wärme verbraucht. Wir sprechen dann von realen Lösungen mit einem negativen oder positiven Flurry-Huggins-Koeffizienten. Flurry und Huggins haben die Mischung zweier Komponenten thermodynamisch analysiert. Je nachdem, wie sich die Intra- und Interkomponentenwechselwirkungen verhalten, ist die Mischung entweder ideal, exotherm oder endotherm, ausgedrückt durch den Flurry-Huggins-Koeffizienten chi. Die Theorie gelangt dann beispielsweise zu Gleichungen, mit denen man die Mischungsenthalpie und Mischungsentropie berechnen kann. Die nachfolgenden Ausführungen gelten für ideale Lösungen, also für Lösungen, bei denen intra- und interkomponentenwechselwirkungen ähnlich sind. Chi ist dann gleich 0. In diesem Diagramm sehen wir in rot gekennzeichnet die Dampfdruckkurve, Schmelzdruckkurve und den Trippelpunkt des Lösemittels. Die entsprechenden Kurven für die Lösung ist in grün eingezeichnet. Nach dem ersten rauischen Gesetz liegt ja der Dampfdruck an der Lösung immer tiefer als der Dampfdruck des Lösemittels. Ein Lösemittel siedet, wenn sein Dampfdruck gleich dem Außendruck ist. Eine Lösung hat bei derselben Temperatur jedoch einen geringeren Dampfdruck, ausgedrückt durch das erste rauische Gesetz. Um auch die Lösung zum Sieden zu bringen, müssen wir die Temperatur erhöhen. Wir haben eine Siedepunktserhöhung der Lösung im Vergleich zum reinen Lösemittel ausgedrückt durch diese Gleichung. KEB ist die ebulioskopische Konstante, ein Charakteristikum für jedes Lösemittel. Für Wasser beträgt diese Konstante ca. 0,5. Das bedeutet, unsere einmolale Zuckerlösung und unsere einosmolale Salzlösung haben beide den Siedepunkt von 100,5 Grad Celsius. Eine Lösung gefriert, wenn Flüssigkeit und Feststoff gleichen Dampfdruck haben. Also dort, wo sich die Dampfdruckkurve und die Sublimationsdruckkurve schneiden. Bei einer Lösung ist dieser Schnittpunkt zu tieferen Temperaturen verschoben. Wir haben eine Gefrierpunktserniedigung einer Lösung im Vergleich zum Lösemittel ausgedrückt durch diese Gleichung. Das ist das zweite rauische Gesetz. Die Konstante ist die kryoskopische Konstante, ein Charakteristikum für jedes Lösemittel. Für Wasser beträgt die kryoskopische Konstante 1,86. Das bedeutet, unsere Zuckerlösung, unsere Salzlösung, die ja isotonisch sind und einosmolal, gefrieren beide bei minus 1,86 Grad Celsius. Eine Lösung besitzt immer einen niedrigeren Dampfdruck als das Lösemittel. Das bedeutet, die Lösung ist stabiler als das Lösemittel. Wenn wir eine Lösung und ein Lösemittel durch eine semipermeable Membran trennen, dann werden Lösemittelmoleküle freiwillig in die konzentriertere Lösung wandern. Dadurch baut sich ein Überdruck in der Lösung auf. Dieser Transportprozess passiert so lange, bis der Druck so hoch ist, dass die Stabilität beider Phasen wieder identisch ist. Wir sprechen hier vom osmotischen Druck, der sich in der konzentrierteren Lösung aufbaut. Wir können ihn nach Van Toff aus der Molarität der Gaskonstante und der Temperatur berechnen. Diese kommerziell erhältliche Kochsalzlösung besitzt zum Beispiel die Osmolarität von 0,3. Ihr osmotischer Druck beträgt 0,76 Megapaskal. Da viele Zellmembranen semipermeabel sind, spielt der osmotische Druck in der Biologie eine große Rolle. Körperflüssigkeiten sollten isotonisch sein, sonst könnten Zellen Schaden nehmen. In hypertonischen Medien können die Zellen zum Beispiel sehr schnell Wasser verlieren und dadurch absterben. Das bedeutet auch, dass in konzentrierten Lösungen sich keine Mikroorganismen halten können. Daher hat das tote Meer auch seinen Namen. Man kann die Osmose auch umkehren. Durch Anwendung eines entsprechend hohen Druckes kann man eine Lösung zum Lösemittel ultrafiltrieren. So kann man beispielsweise mehr Wasser entsalzen. Osmotischer Druck, Gefrierpunktserhöhung und Siedepunktserhöhung sind kolligative Eigenschaften, deren Größe nur von der Anzahl der gelösten Teilchen, nicht auch von deren Art abhängt. Deshalb sind diese Eigenschaften gut geeignet, um Mohlmassen von gelösten Stoffen zu ermitteln. Osmometrisch kann man zum Beispiel die Mohlmassen von Proteinen oder Polymeren ermitteln. Lassen Sie uns zusammenfassen. Die Thermodynamik bei der Herstellung von Lösungen kann man nach Fleury & Huggins beschreiben. Speziell bei idealen Lösungen haben wir keine Mischungswärme. Der Fleury & Huggins Parameter ist gleich 0. Eine Lösung hat immer einen niedrigeren Dampfdruck als ein reines Lösemittel. Nach dem ersten Rauschen Gesetz kann man dies berechnen. Eine Lösung hat einen höheren Siedepunkt und einen niedrigeren Gefrierpunkt. als das reine Lösemittel. Die genannten drei Eigenschaften sind kolligativ. Das bedeutet, nur die Anzahl der gelösten Teilchen entscheidet, nicht die Art der gelösten Teilchen. Der osmotische Druck ist eine weitere kolligative Eigenschaft. Man kann ihn nach Van Toff berechnen und er spielt speziell in der Biologie eine große Rolle. Mehr Informationen hierzu wie immer in den Büchern, in den ausführlicheren Videos oder in der Vorlesung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.